Das finde ich halt so geil. Ich finde, das ist mit das Geilste an dieser Modifikation, dass ich quasi wie so ein Enderman mir die ganzen Blöcke nehmen kann, einfach auf die blöden Verwandten von mir hier schmeißen kann, die alle mega blöd sind, und danach einfach wegteleportiert werden kann. Hehe. Queer, Queer, Queer Mustache. 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 Hallö, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Allerdings ist das heute eine etwas andere Mod-Vorstellung, weil das eine sehr, 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 sehr große Modifikation ist, und zwar die Mutant Creatures Mod. Und da werden halt fünf ganz, ganz heftige Kreaturen hinzugefügt. Also ein Mutant Enderman ist dabei, ein Mutant Snow Golem, ein Mutant Zombie, ein Mutant Skeleton und ein Mutant Creeper. Und wenn ich, ich habe das jetzt mal durchgespielt, wenn ich theoretisch, ich habe zu jedem Mob so eine komplette Word-Seite an Notizen gerade gemacht, und wenn ich das alles hintereinander vorstellen würde, wird das ganze Video vielleicht 40 Minuten gehen und ich wäre danach tot wie sonst was, weil ich das alles hätte vorstellen müssen. Deswegen mache ich das jetzt so, dass ich nach und nach diese Mobs vorstelle. Also fünf Videos daraus mache oder vier oder drei, keine Ahnung, wie lange die anderen Mobs dann insgesamt gehen. Aber wahrscheinlich werden es fünf Videos, wo ich dann in jedem Video diese einzelne, diese einzelne Mob vorstelle, weil es echt immer mega viel zu sagen gibt zu einem einzelnen Mob. Und ich habe es allein zum Enderman geht. Das Video denke ich jetzt wahrscheinlich schon zehn Minuten. Also nicht jetzt schon, aber es wird wahrscheinlich zehn Minuten oder so gehen. Deswegen hoffe ich, dass ihr das akzeptiert. Ihr habt dann die nächsten Tage immer ein paar mehr Videos von mir in der Subbox. Und ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal an mit dem Enderman. Und außerdem ist der Aufbau dieser Mod-Vorstelle auch ein bisschen anders. Ich hoffe, euch gefällt es. Viel Spaß! Kommen wir erstmal zu ein paar generellen Informationen über den Mutant Enderman, beziehungsweise über die Mod an sich. Und zwar fügt diese Mod halt verschiedene Mobs, wie ich gerade schon gesagt habe, hinzu. Und zwar fünf verschiedene an der Zahl. Oder noch so ein paar kleinere, die in Abweichungen von diesen Mod sind, von diesen Mobs sind bla bla bla. Aber das ist relativ egal, dass die sind unwichtig. Jedenfalls stelle ich euch jetzt den Mutant Enderman vor. Und die ganzen Mobs und außerdem auch der Mutant Enderman spawnen genauso wie andere Mobs auch. Also bei Nacht etc. Bla bla bla. Aber viel seltener. Der Mutant Enderman hat 100 Herzen und ist friedlich, bis man ihn anguckt. Also wie die normalen Enderman auch. Nur wenn man ihn anguckt, dann zieht der einen an und macht einen teilweise auch blind. Auch ein Unterschied zum normalen Enderman ist, dass wenn man einen Kürbis auf hat, wird er böse, anstatt dann irgendwie da irgendwie aufzuhören. Und wenn er sich teleportiert, schadet er alle Mobs um einen herum, um zwei Herzen. Und manchmal macht er die auch blind. Also die gibt ihm diesen Blindheit-Effekt, den man dann im Inventar sieht. Kommen wir nur zur ersten Attacke dieses Mobs. Und zwar hat dieser Mob vier Arme und kann damit halt ganz normal wie normale Endermans auch natürlich Blöcke stehlen. Allerdings kann er mich als Spieler auch mit diesen Blöcken angreifen. Dabei machen die inneren Arme vier Herzenschaden und die äußeren Arme fünf Herzenschaden. Und er kann außerdem die gestohlenen Blöcke, die der halt einfach so mitnimmt mit seinen Armen, so bla bla bla, kann der auf die Spieler draufwerfen. Und das macht drei bis vier Herzen bei einem direkten Treffer. Also wenn der Spieler den direkt abbekommt und zwei Herzen bei einem Splash-Hit heißt das. Also Splash-Treffer. Das ist, wenn er den quasi vor einen wirft oder hinter einen oder links, rechts, neben einen, dann bekommt man halt nur zwei Herzenschaden. Kommen wir nun zur Clone-Taktik. Und zwar kann dieser Mutant Enderman acht Minion Enderman um einen herum spawnen. Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Dass auch noch andere Mobs hinzugefügt wurden, die aber eher unwichtig sind und nur unter Mobs beziehungsweise unter Kategorien von den eigentlichen zugefügten Mobs sind. Und der Mutant Enderman ist halt selber getarnt als einer von diesen acht Mutant Enderman Minion Mobs. Und zwar ist dieser Mutant Enderman halt selbst davon getarnt als einer von denen und ist halt einfach nur ein wenig größer, aber ist quasi genau gleich wie die. Während der Mutant Enderman diese ganze Clone-Attacke macht, greifen die kleinen Minions einen zufällig an in zufälligen Zeitintervallen. Das macht immer 0,5 Herzen Schaden und die teleportieren sich auch zufällig herum. Und das Trickige bei der ganzen Sache, gibt es überhaupt das Wort Trickige? Ich weiß es gar nicht, aber das Trickige bei dieser Sache ist, dass dieser Mutant Enderman ja getarnt ist als einer von den kleinen Minions. Allerdings macht dieser Mutant Enderman drei Herzen Schaden und immer wenn der einem drei Herzen Schaden macht mit einer Attacke, wenn er halt so ein Minion ist, dann bekommt er immer noch ein geheiltes Leben dazu, also ein geheiltes Herz. Also diese ganze Attacke ist schon relativ krass, aber wenn man einfach den Mutant Enderman enttarnt und zuerst tötet, also der ist ja ein bisschen größer als die anderen Minions, dann ist die Attacke halt direkt vorbei und ja. Kommen wir nun zur Tele-Smash-Attacke des Mutant Enderman und zwar ist der eigentlich relativ kurz zu erklären und dazu brauchen wir noch nicht viel sagen und zwar kann der Mutant Enderman auch Spieler teleportieren, also nicht nur sich selbst und zwar kann er mich dann einfach neben und in die Luft schleudern, so wie ihr auf dem Bild seht, was ihr gerade eingeblendet seht und das macht drei Herzen Schaden, die Attacke an sich, dann fliegt man halt durch die Luft und dann bekommt man nochmal Fallschaden, wenn man Butz auf den Boden knallt, also das kommt noch dazu. Kommen wir nun zur Scream-Attacke des Mutant Enderman, also zu deutsch übersetzt der Schrei-Attacke. Und zwar ist das auch eine weitere Attacke von ihm und zwar bekommt der Enderman Schaden im Regen, also der Mutant Enderman, sollte ich mal lieber sagen, weil bei normalen Endermen, die teleportieren sich dann halt nur wir umher und damit erhöht sich die Chance, dass dieser Mutant Enderman diese Scream-Attacke einsetzt. Also der kann die auch so einsetzen, aber im Regen ist die Chance höher, dass er die einsetzt. Der Scream macht, oder der Schrei, der Schrei, macht zwei Herzen Schaden und der Schaden durchdringt auch Rüstungen. Also es soll so sein, dass der Schrei quasi durch die Ohren reingeht, in das Gehör und deswegen man die Herzen Schaden bekommt. Deswegen kann da keine Rüstung gegen wirken, auch wenn man theoretisch Ohrschützer haben sollte. Außerdem stoppt der Regen, wenn denn Regen ist, während er die Attacke einsetzt. Und wenn man ganz viel Glück hat, kann man neben diesen Herzen keine weiteren Effekte davon erlangen. Also, was heißt erlangen? Bekommen, sage ich jetzt mal lieber. Weil normalerweise bekommt man auch Effekte wie beispielsweise Poison, also eine Vergiftung Weakness, also Schwäche, Hunger oder Norsi, also Übelkeit. Und wenn man halt ganz viel Pech hat, dann kann dieser Schrei einen halt auch schon mal töten. Apropos töten, kommen wir zum Tod des Mutant Enderman. Und zwar, wenn der Mutant Enderman stirbt, wird seine Seele sozusagen instabil und verdirbt mehr oder weniger. Dabei stößt er dann Endersoul Fragments aus und diese explodieren binnen Sekunden und sprengen einen halt weg, also immer so hin und her, weil die halt alle abwechselnd dann explodieren und die machen auch ein wenig Schaden dabei. Außerdem, wenn er stirbt, kann man ein Pumpkin dabei auf den Kopf setzen und damit verhindert man halt die Wirkung dieser Fragments und den meisten Schaden. Also man kann dann halt nicht mehr diesen ganzen Explosionsschaden von diesen Cormition Fragments da bekommen. Außerdem, beim Tod bekommt man acht Item Drops, also das sind Enderperlen und Enderaugen, die der Enderman dann halt droppt. Allerdings droppt er noch mehr, aber dazu komme ich erst gleich. Mann, Luca, ey, du bist so schlau. Ich sage einfach, dazu komme ich gleich, aber ich habe voll vergessen, dass ich ja mittendrin cutte. Also ja, dazu komme ich jetzt. Hey, also. Und zwar gibt es auch noch die Endersoul Hand und die finde ich besonders am allergeilsten beim Mutant Enderman. Die ist mega geil einfach nur. Und zwar während dieser Mutant Enderman stirbt, kann man die Fragmente, die dann herumschwirren, rechts klicken. Und das muss man halt machen, bevor sie explodieren. Also bevor die explodieren, einfach rechtsklick drauf machen und dann nochmal rechts klicken, während man sneakt, um sie fallen zu lassen. Wenn einem dann nun so ein paar von diesen Fragmenten dann halt folgen, dann kann man einfach ein Enderauge fallen lassen. Also droppen. Nicht ein Enderauge rechtsklicken. Weil wenn man ein Enderauge rechtsklickt, dann fliegt das ja hoch und dann zeigt das einem, wo ein End ist. Zeigt es einem, wo das End ist. Also einfach fallen lassen. Und diese Kombination baut einem dann diese Endersoul Hand. Also die eigene individuelle Endersoul Hand für den Spieler. Diese Endersoul Hand kann 60 mal benutzt werden pro Endersoul Fragment, welches einem halt folgt. Also wenn zum Beispiel ich vier Fragmente rechtsklicke und dann das Enderauge fallen lasse, dann habe ich halt vier mal 60 sind 240 Benutzungen. Und das ist auch schon die maximale Anzahl an Benutzungen. Also vier folgende Fragments. Das macht drei Herzen Schaden mit der Melee Attack. Also Melee Attack habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist das mit diesen Blöcke, wenn ich den nehme und dann wegschmeiße. Und zwar mache ich das mit Rechtsklick. Ich kann mit Rechtsklick einfach auf einen Block draufsetzen und den dann einfach wegschmeißen. Keine Sorge. Ich gehe gleich noch in mein eigenes Minecraft rein und werde euch das zeigen, wie die ganzen Attacken funktionieren. Und das sieht auch echt mega geil aus. Und außerdem, wenn man Rechtsklick macht und dabei sneakt, dann kann man sich zu einem Block teleportiert werden. Also man kann sich selbst zu einem Block teleportieren lassen, so wie ein Enderman. Das geht im Radius von 128 Blöcken und dabei attackiert man dann auch Mobs in der Umgebung. Also das ist dann dieser Splash-Hit mehr oder weniger. Der macht dann auch ein bisschen Schaden. Die Endersoul Hand verbraucht dabei unter anderem vier Benutzungen anstatt nur eine bei der Melee Attack. Und wenn sie allerdings mal kaputt gehen sollte, beziehungsweise fast kaputt ist und man noch freie Endersoul Fragments hinter sich hat beispielsweise oder einfach bei sich hat, dann kann man einfach die Hand aus dem Inventar rausschmeißen. Also wieder nicht Rechtsklick machen, weil man dann ja wieder sich irgendwie teleportieren würde oder irgendeinen Block aufnehmen würde, sondern einfach aus dem Inventar schmeißen und dann repariert die sich quasi von selbst mit den Benutzungen jeweils wie viele Fragments man auch hat. Also wenn ich noch drei Fragments habe und meine Hand hat noch fünf Benutzungen, dann sind das drei mal 60 höchstens halt. Also 60 pro Fragment sind 180 plus die fünf, die ich habe, sind 185 Benutzungen, die ich dann auch habe. Und ich würde sagen, das ist jetzt erstmal mit der groben Theorie. Wir sind jetzt schon so lange am Labern hier wieder. Ich habe ja gesagt, ich teile das einfach in mehrere Videos. Ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung bei dieser großen Modifikation. Aber ich würde sagen, wir sehen uns jetzt erstmal im Singleplayer mit der Modifikation wieder. So Freunde, wir befinden uns jetzt hier in meiner Minecraft Welt, die ich mir vorhin einfach so generiert habe. Dies, das, anders habe ich überhaupt... Ne, habe ich nicht. Okay, gut. Nochmal gut gecheckt. Und zwar ist es ganz cool, dass hier ein Villager drauf ist und ein paar Mobs zumindest am Start sind, mit denen ich euch gleich diese Attacken mit der Ender-Soul-Hand zeigen kann, die auch mega geil eigentlich aussieht, weil die sich so komisch immer bewegt. So sieht das Ganze aus, wenn ich die hier in der Hand halte. Das ist quasi so wie... Wie heißt der? X-Man? Ne, nicht X-Man. Oder heißt der X-Man? Ich weiß nicht. Ich habe diesen Film nicht geguckt, wo dieser Typ diese Zangen da raus hatte. Keine Ahnung. X-Man Origins? Ich weiß es nicht. Hated mich wieder alle dafür, dass ich das nicht weiß. Jedenfalls, ich würde sagen, ich habe euch ja gerade schon alles gesagt, wir können jetzt einfach noch ein bisschen mit diesem Mutant Enderman hier rumspielen. und ich zeige euch ein paar Sachen. Erstmal, so sieht der Ganze aus. Ihr habt gerade schon so ein bisschen die Geräusche von dem gehört. Ich zeige es jetzt euch nochmal. So, also so hört er sich an. Der ist halt relativ groß, ne, wenn ihr das mal mit mir hier vergleicht, wie man das mal mit mir hier vergleicht, ne, der ist schon ein bisschen größer. Der ist hier gerade doppelt so groß wie der kleine Con-Crafter hier. Kann ich jetzt einfach so ein bisschen schlagen. Das ist, ja, jetzt habe ich zum Beispiel diese Blindness bekommen. Hier, Blindheit, 5 Sekunden. Kann hier auch rumfliegen, sehe ich gar nichts mehr. Und jetzt hat er sich wegteleportiert und jetzt bin ich wieder frei. wenn ich den jetzt nochmal schlage, ich will es mal ohne die Blindheit sehen, dass, äh, ihr seht, dass der sich wegteleportiert. Mensch, du Pisser. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich gerade im Creative bin. Kann auch sein. Ah, jetzt hat er sich gerade wegteleportiert. So, jetzt ist er hier. Natürlich, richtig gut. Ähm, wow, ich war ein Schleim. Ich gehe mal ganz kurz in Game Mode 0, damit der quasi auf mich fokussiert ist, wenn ich den jetzt angucke. So, du Pisser. Ach, ich bin, ach, ich pisse, ich habe das gar nicht richtig eingegeben. Game Mode 0. So, jetzt ist er auf mich fokussiert. Jetzt gebe ich das mal ganz kurz ein. Jetzt ist er nämlich sauer auf mich, auch wenn ich jetzt im Game Mode 1 bin. Damit ihr mal seht, wie schnell der Zicker ist. Jetzt hat er nämlich diese Klon-Attacke eingesetzt. So, jetzt haben wir acht von diesen komischen Klonen hier und einer von denen ist der Enderman selbst. Und ihr seht schon, dieser hier ist ein bisschen größer. Das heißt, das hier ist er. Oder war der das jetzt? Ich weiß es gar nicht. Wo ist denn der? Hallo? Ja, es ist ein bisschen doof, dass ich jetzt gerade im Creative bin. Yo, das war er. Und jetzt habe ich ihn halt getötet, diesen anderen, der eigentlich er war. Deswegen ist jetzt die Attacke mehr oder weniger vorbei. So, ich kann ihn jetzt noch weiterschlagen. Jetzt teleportiert er sich wieder. Wenn ich ganz nah an ihm ran bin, kann es auch sein, dass er teilweise dann diesen komischen Wurf auspackt. Ich hoffe, das zeigt er uns jetzt mal. Oder ich gehe wirklich mal ganz kurz in Game Mode 0 und bleibe da drin. So, wow, jetzt hat er mich ein bisschen geboxt. Ich habe nämlich gerade eine Diamantarme an. Wow, jetzt hat er diese blöde Dings mit mir nämlich wieder gemacht, diese Klon-Attacke. Jetzt will ich euch mal zeigen, wie es aussieht, wenn er einen hochwirft. Los, zeig mir, was passiert, wenn du mich hochwirfst. Mein kleines Schätzekind. Wo bist du? So, Pisser, komm her, ey. Oh, jetzt ist die Klon-Attacke und ich bin blind, ey. Das ist frech, das ist mega frech. Also, ihr seht schon, der ist ziemlich imba, der Typ. Zeig mir doch mal, was passiert, wenn du mich hochwirfst. Wenn du mich hochwirfst, mein Schätzekind. Oh, jetzt explodiert er nämlich. So, und jetzt sind hier diese ganzen Fragmente, die ich jetzt rechts klicken kann, bevor sie, so, bla bla, die Pisser. Och nein. Ich hab's, glaube ich, nicht hingekriegt. Ah, doch jetzt. Ich zieh mal ganz kurz das hier aus und setz mir den Kürbis auf. Och ne, ich war zu langsam, ich hab's nicht hingekriegt. Ich hab's echt nicht hingekriegt. Doch, da ist noch eins. Ah, eins hab ich. Eins ist hinter mir. Guck, das ist gut, weil jetzt kann ich euch zeigen, wie das ist. Jetzt ist so ein blödes Fragment hinter mir. Hallo, du kleiner Pisser. Jetzt kann ich hier einfach so ein Endeauge hinschmeißen und jetzt hab ich diese Enderhand. Also ich hab ja zwei, weil, naja, ihr wisst ja Bescheid. So, dieser hat jetzt die Hälfte der Leben, weil ich irgendwie wohl zwei hatte. Ich hatte irgendwie wohl zwei von diesen Fragmenten hinter mir. Keine Ahnung, ob da noch irgendwo eins war. Jedenfalls hat er jetzt die Hälfte hier aufgeladen. Dementsprechend die Hälfte, also 130, ne, nicht 130, ich bin 100, 120. 120 ist die Hälfte von 240. Gut, Mathe im Abi, alles gut. Ähm, der ist jetzt zur Hälfte aufgeladen und deswegen kann ich damit jetzt noch ein paar Benutzungen machen. Ich kann jetzt auf dem Block rechtsklick machen, nochmal rechtsklick und den jetzt so auf den blöden Slime da drauf schmeißen. So, der ist jetzt tot. Der hat jetzt neun von diesen komischen Herzens Schaden gebraucht. So, und gleich ist meine Haltbarkeit hier noch so ein bisschen schlecht. Also so sieht dann so eine Hitattacke aus, wenn ich die quasi hier so hinsetze, so da quasi. Mann. Mann, ich treffe die kleinen Teile nicht. So, da. 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 Und wenn ich mich jetzt irgendwo hinporte, muss ich jetzt einfach sneaken, dann drücke ich da hin und dann, oh, ich hab Schaden bekommen. Das ist natürlich nicht so gut. Ich setze mich mal ganz kurz in Game-Mode, damit ihr das seht. Ich kann es einfach so machen und da hinten draufklicken. Das sind immer noch weniger als 128 Blöcke. Deswegen kann ich mich da noch teleportieren. Ich könnte mich, glaube ich, auch nach da hinten teleportieren. So, genau. Und ja, da könnte ich mich immer hin und her teleportieren. Also, ihr seht schon, wenn ich jetzt die Hand meiner Hand habe und ich nehme jetzt hier einen Block und schleudere den weg, das sind halt immer nur so ein paar Benutzungen. Wenn ich allerdings jetzt zum Beispiel mich nach da hinten teleportiere, gehen halt schon viel mehr Benutzungen weg. Das ist halt mega krass. Das Coole ist, man kann hiermit jetzt auch einfach, ich könnte jetzt von hier so einen Block nehmen, warte, den Mund näher ran, so, von da einen Block nehmen und den dann einfach jetzt so gegen so einen Villager schmeißen. Das finde ich halt so geil. Ich finde, das ist mit das Geilste an dieser Modifikation, dass ich quasi wie so ein Enderman mir die ganzen Blöcke nehmen kann, einfach auf die blöden Verwandten von mir hier schmeißen kann, die alle mega blöd sind und danach einfach weg teleportiert werden kann. Hehe. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich mag das irgendwie, diese komische Hand hier. Und ja, diese komische Hochwerferattacke konnte ich euch jetzt nicht zeigen, aber die ganz normale Melee-Attack von ihm auch nicht, weil er hier irgendwie keine Blöcke hatte, die er aufnehmen konnte oder so, aber es sind doch eher seltene Attacken. Den Scream konnte ich euch auch nicht zeigen, aber am Ende halt dieses, wo er sich dann explodiert lassen tun hat, wo ich ihn halt getötet habe und er mir diese Fragmente droppen lassen hat und das ist halt echt das Coolste, dass man diese Ender-Soul-Hand hat und damit Blöcke umherschmeißen kann. Wäre ganz cool, wenn man deswegen damit noch so ein bisschen besser sehen könnte, dass der Block quasi nur in der rechten Hand dann angezeigt wird, also nur hier, damit man noch so ein bisschen geradeaus gucken kann, weil sonst, wenn ich jetzt wen treffen will, dann ist das halt ein bisschen Kacke immer. Aber sonst kann man sich damit ganz schön einen coolen Haus bauen. Naja. Freunde, ich würde sagen, der Download-Link ist in der Beschreibung, allerdings funktioniert das Ganze nur in Minecraft 1.6.4. Deswegen würde ich sagen, entweder ihr adatet euer Minecraft zurück, was ja mittlerweile eigentlich relativ einfach ist. Ihr braucht dafür außerdem auch Forge-Mod, aber das ist nicht so schwer zu installieren, alles ist mega easy, dazu gibt es tausend Tutorials im Internet, dazu brauche ich keins machen und probiert es einfach mal aus, ist mega geil. Ich weiß nicht, ob ich morgen direkt den nächsten Mob hiervon hochlade, also den Mutant Skeleton Mod ist es, glaube ich, der Mob, der auch mega geil ist. Alle Mobs sind mega geil, die hinzugefügt werden, vor allem der Creeper auch eigentlich. Snow Golem und Mutant Zombie, naja, aber ist auch chillig. Aber sonst würde ich sagen, wir sind jetzt schon lange über 10 Minuten, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind über 10 Minuten schon. Deswegen war es eigentlich ganz gut, dass ich das Ganze hier habe jetzt in mehrere Parts teilen lassen und ich würde sagen, jetzt kommen wir wie immer zum Ende einer Mod-Vorstellung, bla bla, und zwar zum geheimnisvollen Geräusch. Letztes Mal war es das hier, was ich fallen gelassen habe, das hier, so ein kleiner Schlüssel von meinem Fenster, von Schuko ist der, chillig, und zwar meinte Tom Schröder, ein Schlüssel, der fällt und das war der Erste, der das geschrieben hat, das waren nämlich 3 Minuten oder so, nachdem das Video online war und zwar, hört euch es nochmal an, einige dachten, das sei Geld gewesen, das haben die meisten gedacht und einige so, ja, das war Geld, das ist doch mega einfach hier, nein, das war ein Schlüssel. Naja, gut, Freunde, was habe ich denn hier sonst noch so als Geräusch? Ah, das ist interessant. Mal schauen, ob ihr das rauskriegt. So, das wird keiner rauskriegen, denke ich. Wenn das einer rauskriegt, dann ist es echt gut in dem Spiel und zwar das hier. Das hört sich mega doof an, das kann man glaube ich gar nicht rauskriegen. Es ist ein Gerät, ich gebe euch mal einen kleinen Tipp, wo man die Hand so machen muss. So ein Gerät ist das und der Sound, wenn das zusammenstößt, ist das hier. Also, wenn das einer rauskriegt, dann echt Hut ab. Naja, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen, so eine Art von Mod-Vorstellung, weil es war echt eine Menge Arbeit und sonst würde ich sagen, dann lasst einfach eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, schreibt in den Kommentaren, was ihr sonst noch so für Mods sehen wollt und dann würde ich sagen, ciao und euch noch einen wunderschönen Tag.